Hier, 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 hier. Seht ihr das Land dort? Das muss Europa sein. Die Russen kommen. Ich sag euch was, die werden uns in ihre Lager stolzen. Ihr glaubt auf jeden Dreck der braune Propaganda. Blinde, Volksempfänger. Die Besten, das sind wir. Die Lager, das sind wir. Ein Glück ist der Sput bald vorbei. Juncker laden Bauern an. Was soll daran schlecht sein? Der Batsch hat dir den Kopf verdreht. Schwester, sieh die Realität. Es geht zu Ende mit dem Russenstaat. Klassiker schrieben, Bücher dick. Wir müssen sehen, was geht. Unsere Wahrheiten sind in Pomer, Sachsen und Berlin. Willkommen in Deutschland. Mein Name ist Anna Batsch. Wir nehmen nun ihre Geschichte auf, damit wir die Gründe für ihren Antrag erfahren. Dann werden wir entscheiden, ob sie bleibt drin. Habt ihr heute alles verstanden? Mein Name ist Idaas Saim. Ich komme aus Syrien. Die Regel sagt, wer lügt, betrügt und darf nicht rein. Und sie lügt. Ich höre es an ihrer Stimme an. Ich lüge, um zu leben. Und ich lebe in euren Kriegen. Seht, na, die Schiffswracks auf Halbelfen und halb darum verstreut die Knochen unserer Brüder. Das Werk der Schlepper. Wenn es so weitergeht, dann kann man bald zu Fuß nach Europa eine Knochenbrücke von Scherbach nach Palermo. In Budapest rollen die Russenpanzer seit heute Mittag. Was? Es kam nun Rias. Ich weiß nicht, was da dran ist. Ja, du hast richtig gehört. Die Rom-Reiche, so getramäisch, stellt die Ordnung wieder her. Wer wären wir denn, wenn wir nicht wehrhaft wären? Die Weisung klaut uns. Die dürfen alle rein, die Syrer. Selbst wenn sie lügen. Wenn sie aller Winde ist, hört sie zu der Minderheit, die dort die Regierung stellt. Das sind die einzigen, die wir ihr nicht gebrauchen können. Ich soll deine Frau beschlitzeln. Ist das dein Ernst? Wer redet denn von beschlitzeln? Wir wollen sie doch nur beschlützen. Sondermeldung. Seit heute Nacht ist die Grenze nach Westberlin geschossen. Der Knach. Der Knach. Störrisch ist der Deutsche und jammrig ist der Deutsche. Auferstanden aus Urinen, schon schreibt er nach der Windel. Aber wir werden ihn schon trockenlegen. Ihn und jeden reisesten Geist, aus dem das kriegt. Wir waschen ihn, die Rüder. Eine Schwangerschaft konnten wir nicht feststellen. Sie können nicht alles feststellen. Nicht in unserer Welt. Wir können eine ganze Menge davon werden sie schon überzeugen. Wo befindet sich im Moment die syrische Regierung? Dazu sage ich nichts. Wer hat sie geschickt? Wie heißt der Deutsche? Ein Wort dazu. Wo befindet sich im Moment die syrische Regierung? Dazu sage ich nichts. Wo hat sich ihre Familie auch ein Wort dazu? You are not in Europe anymore. You are safe now. Lea, bitte ich. That's not longer our question. You are here to give the right answer, alright? Where is your president? Where is your brother? Where are your brothers? Das interessiert kein Schwein, was auf uns wird. Die Welt sieht so wie sie die Stadt vermauern. Es muss eine Weg geben, oder? Es muss. Als die Tito-Bartisan in unserer Stadt umstellt, da gab es einen Tunnel um ihre Stellung. Ein Tunnel unter der Grenze. Das ist genial. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Ein Budginn im combine. Du bist, das ist ja, das ist ja. Ah, das ist ja, das ist ja, dasczyksteigst terrende. Das ist ja, das ist da. Ah, das ist ja, das ist ja, das ist ja, Und wenn wir fliehen, dann hoffen wir. Und wenn wir fliehen, dann hoffen wir. Wir hoffen auf die andere Welt. Das ist der Dank, Quinten und Woh. Halt, stehen bleiben! Adalas, lass nach. In der Kälte aller Kriege, Mensch gegen Mensch. Die nächsten Grenzen. Und meins und meins und immer mehr. Die nächsten Grenzen. Die katerhaften Marken der Räuber und Gendarmen. Die Narben der Dynamik. Die Narben, die Narben fremder Fluten. Wo bin ich? Und wenn wir fliehen, dann hoffen wir. 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 Vielen Dank.